Mein Großvater war eine Figur, die mich quälte, die mich schlug, die mich die Treppen runterstoßten. Der hat mich geschlagen und getriezt, weil es auch immer nur ging. Warum, weiß ich nicht. Für Kleinigkeiten bin ich von ihm richtig bestraft worden, und zwar in körperlicher Form. Dann kommt das Erlebnis mit dem Keller. Er hat mich in den Keller geschickt. Dort hatte er ein Fass mit Most. Da musste ich den Most holen. Und in dem Augenblick, wo ich unten angekommen bin, hat er oben das Licht ausgeschaltet. Ich stand im Dunkeln und bekam Angst. Seit diesem Erlebnis hatte ich Angst vor der Dunkelheit. Ich habe das erste Erlebnis mit dem Boden, in der Dunkelheit. Ich habe das erste Erlebnis. Ich habe das erste Erlebnis mit dem Boden.